In der historischen Altstadt von Pilsen steigt bis zum 23. Dezember einer der wohl schönsten Weihnachtsmärkte in Tschechien. Im Schatten der mächtigen St. Bartholomeus-Kathedrale verwandelt sich der von pastellfarbenen Häusern gesäumte Platz der Republik in eine heimelige Bodenstadt. Neben dem Riesenrad und einem 15 Meter hohen Weihnachtsbaum gehört eine riesige Krippe mit zahllosen, lebensgroßen Tieren und Menschen aus Holz zu den Besonderheiten des Pilsener Weihnachtsmarkts. An den einheitlich gestalteten Holzbuben wird nicht nur Kunsthandwerk, sondern auch eine große Palette von typisch tschechischen Leckereien, Fallgeboten, während Glühwein, Med und Punsch auch an eiskalten Tagen für wohlige Wärme sorgen.